Die Visite, mit freundlicher Unterstützung vom Shopping Tivoli Spreitenbach, Ihres Einkaufszentrum für die ganze Familie. Und Emil Frey, Ihres Autozentrum Saferwil mit Kia Motors. Ich bin nicht besoffen, Blitzeis. Hoi. Drehen Sie sich bitte um. Wie soll ich mich jetzt umdrehen im Sitz? E-Mail. Ich finde es so toll, dass sich Lüth immer wieder bewerben mit den Hobbys. Das ist sensationell. Und zwar hat sie beworben Petro Facchinetti. Und jetzt kommst, der macht Futsal. Weißt du, was Futsal ist? Hallenfußball. Und die sind irgendwie, wenn ich es richtig lese hier, Schwiezermeister oder so irgendwas. Mit dem will ich Schute, weil ich bin sensationell. Das müsst ihr gesehen haben. Blitzeis. Rechts das Schild von Otelfingen. In der Mitte ein Pokal und dann komme ich. Wieso der Pokal? Hallenfußball. Ich möchte erzählen, ich spiele ja beim FC Fieslisbach. Nicht Fieslisbach, Fieslisbach. Bei den Senioren. Ja, ist ab 2030. Ich weiß. Und wir haben den ersten Platz gemacht in Solothurner Indoor Cup Kantonalmeister. Wir dürfen uns aber nicht so nennen, weil wir aus dem Aargau sind. Aber gut, oder? Nicht wegen mir. Aber wir haben gewonnen. Jetzt gucke ich, ob sie Telemaien sind. Ein guter. Ich bin der Peter. Hoi. Ich bin Franziska. Franziska, das ist der Markus. Das ist ein alter Mann. Aber den muss ich immer mitnehmen. Wollen wir schnell schauen? Ja, geht rasend schnell. Ich putze auch Füsse ab. Übrigens für die Zuschauer. Was kommt? Sag's du. Die Regeln. Ist Telemaien so für den Fernseher unter den ersten neun Sender, können sie Ende Jahr ein Kia Seed im Wert von über 27'000 Franken gewinnen. Obendrauf fängt ein Gutscheine für den nächsten Einkauf im Shop bei Tivoli zu Spreitenbach. Haben sie Telemaien später programmiert, dann haben sie immer noch die Chance in unserem Kartenspiel um das Auto und Gutscheine zu spielen. Peter, hoi. Okay, also das ist ganz einfach. Den hast du schon mal gewonnen. Da geht's jetzt drum. Also ganz einfach. Ja, das ist super. Das ist meine Karte. Okay. Das ist die für Walderschuhe. Shopee Tivoli. Und das ist ums Auto. Meine ist ein König. Ist die nächste Karte höher oder tiefer? Tiefer. Dreh um. Also Walderschuhe kannst du mal posten. Das ist schon mal gut. Das gehört dir schon mal. Jetzt geht's ums Auto und am Ende des Jahres ein Kia Seed? Ich sag höher. Sag's höher? Okay. Höher. Ist gut. Spitz am Ende des Jahres ums Auto. Hammer, oder? Die Frau hat mehr gewonnen als ich. Ach ja, der Fernseher läuft noch oben. Ja, dann gehen wir rauf. Komm. 21. Komm, Mischle. Gehst du gerne Schuhe kaufen? Ja, ich soll dir mal sagen, wie viele Schuhe, dass ich da unten habe. Ich kann es nicht zählen. Walderschuhe Shopee Tivoli. Ist ja nicht weit weg von hier. Nein, das ist richtig. Okay, pass auf. Das ist meine Karte. Ja. Ist schon wieder einfach. Ist ein König. Ja. Die nächste Karte geht's um die 150 Franken Gutschein. Mhm. Und da geht's ums Auto, den Kia Seed im Wert von 27.000 Franken. Ist die nächste Karte höher oder tiefer? Tiefer. Bist du sicher? Ja. Gut, dann dreh um. Guck, kannst Schuhe kaufen. Jetzt geht's ums Auto, da darf ich auch nicht helfen. Höher oder tiefer als ein Fäufi? Höher. Gut, dreh um. Ja, jetzt spielt's am Ende des Jahres ums Auto. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Eveline, schöne Grüße an deinen Sohn. Ja. Und jetzt gehen wir Futsal spielen. Tschute, komm, geh du vor, du bist sowas von unsportlich. Lauf schon mal. Liebe Zuschauer, ich freue mich, heute machen wir Futsal. Futsal ist nichts anderes als Hallenfußball, aber nach FIFA-Regeln. Also ganz klare Regeln. Und wir sind heute bei einer Gruppe, das soll der uns selber erzählen. Der Trainer ist da. Hoi, Trainer. Hoi. Sag mir doch schnell deinen Namen. Hoi, Peter Emilio. 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 Du bist Trainer hier? Ja. Beim Maniacs, wie heisst du? Ah, beim Futsal Maniacs. Okay, okay. Und wie läuft's? Ihr seid im Halbfinale, habe ich gehört? Ja, genau. Wir sind im Halbfinale. Das Heispiele haben wir am 2. Februar in der Tagihalle, am 3 Uhr am Nachmittag. Gut, wenn noch jemand kommen möchte. Genau. Und das Rückspiel wäre am 9. in Genf. In Genf. Okay. Und wie stehen die Chancen? Ja, 50-50. 50-50. Und wenn ich mitspiele? Ja, dann 90-10 für uns. Für uns, ja. Da bin ich froh. Ich trainiere jetzt mit euch, ist es gut? Super, ja. Und dann spielen wir ein Spiel. Er ist mein Trainer jetzt. Kommt, Peter, auch für dich. Ah, okay. Sorry, sorry. Hast du gesehen? Der eine hat rote Schuhe. So Tussi-Schuhe. Hast du gesehen? Er läuft neben den Rappen und läuft wieder zurück. Der Rappen macht etwas für dich jetzt. Ja, super. Schiesst mich noch zusammen. Den tun wir auf Facebook streichen, wenn der uns anklickt. Okay, der Punkt. Ja, alle. Die Rotation hat schon er gehe, dass ich Reservespieler bin. Ey, der schießt mich so hart, der Trainer echt. Ohne Scheiße. Ich kaufe den Verein. Ich kaufe ihn. Und dann wird er als erstes entlassen. Ich bin gern Reservespieler. Oh, leck mir, Marsch. Du bist permanent am Laufen. Diese Wege, die hier einstudiert sind, damit man... Aber erzähl du das den Leuten nicht gerade mehr. Das ist unser. Ah! Ah! Scheiße! Er ist einfach zu langsam. Ach, das war ja noch besser. Lieber Trainer, du hast mein Training gesehen. Wie sieht's aus? Kann ich für euch spielen? Ja, das Einzige, was kannst du, ist ein Passivmitgliedschiff machen. Ich wünsche der Mannschaft viel Glück. Unbedingt. Gewinnt. Macht das Ding. Und liebe Zuschauer, falls ihr auch verrückte Hobbys habt oder Leidenschaften, meldet euch an diese Adresse. Ich gehe duschen. Passivmitglied. Ich glaube, ich spinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.